Willkommen an Bord, Freunde der Seefahrtgeschichte. Heute entführen wir euch in die Welt von Blackbeard, einem der berüchtigsten Piraten aller Zeiten. Lasst uns in die Geheimnisse und Legenden seines Lebens eintauchen. Ein junger Mann namens Edward Teach, später bekannt als Blackbeard, begann seine Karriere auf den Meeren unter dem Piratenkapitän Benjamin Hornigold. Mit kühnem Mut und einem Hang zur Strategie eroberte er sein erstes Schiff und setzte die Segel zu einem Leben voller Abenteuer und Schrecken. Wie ein Geist auf den Wellen des Atlantiks verbreitete Blackbeard Angst entlang der amerikanischen Küste und in der Karibik. Er war nicht nur für seine brutalen Überfälle bekannt, sondern auch für sein furchteinflößendes Auftreten, das die Seeleute zittern ließ. Das Kapitel der Queen Anne's Revenge beginnt, als Blackbeard ein französisches Sklavenschiff eroberte. Er verwandelte es in sein Flaggschiff, ein Symbol seiner Macht. Mit Kanonen bestückt und bereit für die Schlacht segelte die Queen Anne's Revenge an der Spitze seiner Flotte. Unter Blackbeards Kommando wurde dieses Schiff zu einem gefürchteten Namen auf den Meeren. Ein schattiges Gespenst, das Handelsschiffe und Küstenstädte heimsuchte. Blackbeard war nicht nur ein gefürchteter Pirat, sondern auch ein Meister der politischen Intrigen. Er schmiedete Allianzen mit Gouverneuren und anderen Piraten, um seine Macht zu stärken. Gleichzeitig hatte er zahlreiche Feinde, sowohl auf dem Meer als auch an Land. Diese komplexen Beziehungen bildeten ein gefährliches Netz aus Bündnissen und Verrat, das seine Karriere maßgeblich prägte. Der Niedergang von Blackbeard war so dramatisch wie sein Aufstieg. In seinem letzten Gefecht stellte er sich Lieutenant Robert Maynard in einer erbitterten Schlacht, die in die Geschichte eingeging. Trotz seiner berüchtigten Brutalität und seines Geschicks konnte er nicht siegen. Sein Tod markierte das Ende einer Ära und hinterließ eine Legende, die bis heute fortbesteht. Blackbeards Geschichte ist eine faszinierende Mischung aus Mythos und Realität. Sein Vermächtnis hat die Jahrhunderte überdauert und inspiriert weiterhin die Vorstellungskraft vieler. Lasst uns in den Kommentaren diskutieren, was ihr über diesen legendären Piraten denkt. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, um mehr spannende Geschichten aus der Geschichte zu erleben. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Segel straff und das Fernglas bereit.